Neu von Chibor. Frische Ernte. Jetzt aus Kolumbien. Ein einmaliger Kaffee-Gemass. Jetzt für 3,79 Euro. Und nur solange die Ernte reicht. Von Chibor. Atari presents. In jedem Kino-Blockbuster gibt es einen Mann, der alles riskiert. Besiege deine Angst und behalte die Nerven. Stuntman. Jetzt für Playstation 2. Da träumt doch einer vom Grilled Chicken. Mit knackigem Salat, köstlicher Honig-Semf-Soße und lecker Huhn. Jetzt nur bei McDonalds. Wenn Sie sich über jedes Fruchtstück in Ihrem Joghurt so freuen, müssen Sie Jobst wohl im Stehen genießen. Denn Jobst hat so viele saftige Obststücke, dass jeder Löffel ein Treffer ist. Neu. Jobst. Der Joghurt Vollobst. Echt schräg. Modisch gestreifte Hemden für 12 Euro. Hemdenwoche. Jetzt bei C&A. Ob ich Ihre Haut zart, duftend, geschmeidig und samtweich finde? Für die schönsten Komponente. BB Young Care. Neu. Die Softbody-Lotions mit Honig- oder Mandelöl. Und 24 Stunden Feuchtigkeitsdepot. Für glatte und samtweiche Haut. BB Young Care. Natürlich schöne Haut. RTL Shop präsentiert von Montag bis Freitag um 20 Uhr. Das Beste aus dem RTL Shop. Hochwertige Markenprodukte. Exklusiv für Sie ausgesucht. 20 Uhr. Dämmerschoppen mit Walter. Von Montag bis Freitag nur bei RTL Shop. Seit Jahren sehen wir die Zeichen. Bald erkennen wir ihre Bedeutung. Und ein Mann wird alles tun, um seine Familie zu beschützen. Hab keine Angst. Mel Gibson. Signs. Zeichen. Ab 12. September im Kino. Achtung. Fertig. Ja. Mars. Das hat was. Ich habe ein Problem. Das ist meine Familie. Oh, nein. Das ist allerdings ein Problem. Nein, nein, nein. Es ist so. Wenn meine Tochter surft, kann ich nicht telefonieren. Und wenn sie nicht surft, dann telefoniert meine Frau. T-I-S-D-N-X-X-L. Zweileitung. Da können Sie auch telefonieren, wenn Ihre Tochter surft oder Ihre Frau schnattestatt da telefoniert. Und sonntags telefoniert die ganze Familie für nur 0 Cent. Und wenn meine Frau telefoniert und meine Tochter surft. Ja, und so ein bisschen Zeit für sich. Für Malereien? Jetzt über www.telekom.de bestellen und 10 Euro sparen. Mars. Das hat was. Und du? Brauchst du wieder mal einen heißen Tipp? Ach, lass mal. Ich habe da jetzt so eine vorgebundene Versicherung. Was Neues mit Kapitalmanagement. Da kümmert sich jetzt mein Berater, dass alles so läuft, wie ich will. Und wo bleibt da die Spannung? Ja, der Kick. Ja, genau. Da fehlt jetzt total der Nervenkitzel. Stimmt. Vermögen und Versicherung intelligent kombiniert. Die neue Souveränität. Allianz Dresdner Fondpolis. Dresdner Bank. Die Beraterbank. Der pure Pilzgeschmack. Grenzenlos frisch. The Bex Experience. Der pure Pilzgeschmack. Der neue Peugeot 807. Fantastische Technologie. Krombacher. Mit Felsquellwasser gebraut. Ein Genuss so frisch und rein wie seine Natur. Krombacher. Eine Perle der Natur. Hier auf dem Land sind die Menschen bodenständig, vernünftig und manchmal ein bisschen verrückt. Sie machen Wurst, die ganz fein nach Käse schmeckt. Chaumbel mit echtem französischen Camembert. Reinhard Chaumbel. Ein Hauch Französisch. Gut, dass es für die Nacht Pepernteen gibt. Denn da sind Babypopos empfindlich und oft gereizt. Die Pepernteen Wund- und Heilseil bestärkt die natürliche Hautschutzbarriere. Einem wunden Po hilft Pepernteen, sich selbst zu heilen. So sind Paul und sein Popo wohlbehütet. Und nach einer guten Nacht gibt's einen guten Morgen. Pepernteen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das Wichtigste für Ihr Baby ist Ihre Liebe und Fürsorge. Auch wir von HIP möchten für Ihr Kind nur das Beste. Mit Zutaten aus biologischem Anbau und Kontrollen bis ins kleinste Detail. So geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Fundament für sein ganzes Leben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und weil purer Fruchtgenuss viel Sonne, aber keinen Zucker braucht. HIP Bio-Früchte. Dieben gute Gründe, sich auf den Herbst zu freuen. Er flottet wieder. Er sorgt für Durchblick. Er und seine Riecher sind zurück. Er wird immer jünger. Er ist schlagfertig wie nie zuvor. Er hat etwas zugenommen. Und sie, sie räumt endlich wieder auf. Sieben Tage, sieben Köpfe, die neuen Folgen. Als erster Gast Rüdiger Hoffmann. Freitag um 22.15 Uhr. Ihr Beruf. Bürgermeister. Vom Volk gewählt. Jetzt müssen sie sich bewachsen. Wie clever sind unsere Volksvertreter. Wir suchen Deutschlands klügsten Bürgermeister. Der Wettkampf um die Ehre. Sonja Ziedlow testet Deutschlands klügste Bürgermeister. Samstag 21.15 Uhr bei RTS. Nur mit Ihnen können wir ihn schaffen, den SMS-Weltrekord. In 90 Minuten eine Million SMS. Schicken Sie Ihre SMS an unsere Stars. Flirten Sie mit Ruth Moschner. Lachen Sie mit Dirk Bach. Schreiben Sie an Frauke Ludowig. Mitmachen und gewinnen. Und das alles für einen guten Trick. Der SMS-Weltrekord am 21. Angekündigte Krieg. Hintergründe zum amerikanischen Aufmarsch am Golf. Willkommen zu Hause.